so meine freunde hier spricht der status order 30 wieder mit euch ja das nur ein kleines zwischen video und ja jetzt das war ja ok also ja es geht nur um folgendes wir haben hier wieder etwas zu tun und zwar für und zwar wird es wieder etwas geben im advent und ich hätte das nicht aufnehmen sollen und zwar gibt es eine kleine aktion für euch ich will euch noch nicht sagen was aber es wird auf jeden fall was geben und ich werde so lange auch nicht hingehen und die ich kann das nicht so gut ich kann nicht so gute announcements waren wenn ich hier für kugeln überhaupt wird was wollte ich jetzt sagen ja also auf jeden fall wird eine aktion geben deswegen werde ich jetzt auch in erst ab 1 dezember wieder ein video hochladen das ist so auf die schnelle weil ich jetzt auch gerade nicht zeitlich nicht ganz so kann und ja nur dass ihr einfach mal bescheid wisst und dass ihr auch mal seht was ich für kranke spiele spiel und mir diese kranken spieler noch spaß machen das ist ja das beste dran aber gut so ist es halt ja das ist eigentlich auch schon alles ja es gibt auf jeden fall kommt jetzt wieder bald neue videos ja es ist wie gesagt es gibt mir noch gut eigentlich ich habe ja von der arbeit geht es jetzt auch wieder ich habe erstmal genug zeit und ich glaube bis weihnachten wird da wenn alles funktioniert wird das super laufen aber das sehen wir dann und was nummer eins mann ich muss ein bisschen mehr anstrengen ja und das war es eigentlich schon wie gesagt ist jetzt nur ein bisschen schwierig was zu sagen während man hier von kugeln überrollt wird aber gut das war ich schon das announcement ich werde euch diesen parties dann gleich abkarten und wird das hier extra noch ein bisschen aufnehmen dass ihr noch ein bisschen was zum angucken habt bis zum ersten dezember ist ja nicht mehr lang ja nicht mehr lang